Musik 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 Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Das ist gut. Ja, gut. Der Rest, meneer, auf der ZZ-Topf. Nee, ich sage, ich sage, ich sage, ich sage, ich will nicht mit dem ZZ, das kann doch nicht sein. Ich drehe mich noch ein bisschen auf, he? Ja, nee. Oh, ja, ich bin doch noch dran. Ich bin doch noch dran. Ich bin doch dran. Ich bin doch auch dran. Nee. Hier gehen Sie hier her. Ja, ich bin doch dran. Hier geht's mal am quelques-uns vor. Das ist ja erst mal. Das ist ja erst mal. Das ist halt hier. Ja, ich bin doch ein... Ja, ich bin doch dran. Ja, ich bin doch ein? Wir sind froh! 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 Amen. 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 Können wir in? Ja. Gut. Und in der Welt so far zullen wir noch einmal unsere bidragen anlegen. Proficiat! Ja. 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 Wir haben die Brütsparen, Veras von Faren. Wir sind verehrt, dass wir hier von Uggen in Serenade kommen bringen. Das bedeutet, dass alle drei Brütsparen auch ein von Vater verleten haben. Das bedeutet, dass die Mannschaft von den Brütsparen. Aber das bedeutet automatisch auch, dass die Vrouwelijke kanten von den Brütsparen auch eine von Vater achtergründ haben. Die haben die Mannschaft oft missen von den Petitions, Concerten und was noch nicht mehr. Wir sind jetzt bei euch in den großen Geneten von 40 oder 50 Jahren. Das ist fantastisch. Ich will doch noch etwas sagen über das Verfahren. Weil wir auf der Heneweg nicht so sehr komplett waren. Und in dieser Zeit von 24 Uhr, 24 Uhr economie und jachtig leben und Druck, 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 ist es immer so, dass die eine helfe von euch arbeiten wird und die andere helfe von euch vakantie wird. Und so haben wir sehr starkes Verfahren bei euch gehabt, wobei ein 3erde Teil auf vakantie war und ein 3erde Teil noch, denke ich, an es ist. Aber es ist nicht anders. Glückwunsch, 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 sind auch noch die und Pieter der Adel gesagt, die so ein Fest wie das wollen organisieren, Glückwunsch, haben wir doch noch genug Mann bei euch geblieben. Und wir sind nun auch noch komplett, übrigens. Musik 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 Schöpf Musik Musik Vielen Dank. Undertussen, dat is de receptie hier, de leden van de fanfare langs gaan, wil ik even u gedoe leggen. Voor de eerste keer, het Limburg is bloot, die hier vanavond u muzikaal zullen onderbegeleiden. Maar waar is het Limburg is bloot? Het Limburg is bloot, dat is eigenlijk een stalle achter aan de pot bier, wat het zo stellen, met Jackie Cowboy. Jackie Cowboy, hou ik aan gevraagd, zeg, schat, komt ze met truc bier voor drie jaar terug met een oude potter bij rechterpaal. Maar aangezien ik dat zou willen van zijn hoekje, jij het zegt, ik zal wel eens kijken wat we kunnen doen. Wat doet Jack, ik geef van alle vragen, en wat heeft er hier naar de pot gebracht? Vergis ik even nee, dames en heren, te rubben hier, in het gezelschap van André Drieu, vrouweneer van het gezelschap van de Sintarus, van de Bizehoftepel, en, wat zult u vanavond, de Hoaminbeleerlid, ook van de O.Putter Bijkepaal. Die zullen u vanavond die muzikaal begeleiden, en ik hoop dat u vanavond, hele mooie, prachtige oven hebben. Ik zie hem hier aan de tofels van die koor, omdat hij aan mij te sturen, Wien aan met de vrouw, een van de reddraaiers hier van deze stem, die het meestal eigenlijk heeft, het mede meestal eigenlijk heeft van dit. Jum met de vrouw, hoe de schuurt is. En jou. Als de familie geef me niet, of ze de tandarts linden, kunnen we goed zeggen. Allee, eens aan. De achtergeef me niet uitkomt, en met uw witte horen. Als jij geen geef, krijgt geen geef. We gaan starten. Met nummer Gruus aanbömen. Die, de grote aanbömen. Das war's. 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 Das war's.